60 tage nofap und auch retention sind geschafft heute ist tag 64 und ja es ist schon ein weilschen her dass ich wirklich saubere 60 tage auf retention erfolgreich absolviert habe jetzt ist es endlich soweit und es sind einige sachen passiert ich werde das ganze kurz zusammenfassen damit du motiviert wirst einen mehrwert bekommst und das heißt jetzt nicht dass es bei dir genauso sein muss aber das ist zumindest meine reise und mein weg was habe ich gemerkt auf jeden fall negative punkte waren mit dabei ich habe sehr viele flatlines gehabt ich hatte von tag 40 bis tag 50 einer der heftigsten flatlines meines ganzen lebens und das war auf jeden fall sehr einschneidend und wichtig denn die flatline ist ja dazu darum dich zu heilen und zu rebooten und es werden eben gewisse sachen aufgearbeitet du wirst dann damit konfrontiert mit den sachen die du eben mit hand anlegen und den film oft verdrängt hast die dann hochkommen und ja ich merke auf jeden fall dass die flatline da wirklich dazu da ist um dich damit zu konfrontieren das ganze zu heilen und aufzulösen dazu habe ich ja auch schon videos gemacht verlinke ich dir auf jeden fall mal hier oben und ja deswegen die flatline lasst euch dafür nicht runterziehen die gehört mit dazu die wird öfter mal eintreten aber umso länger der street geht desto besser fühlt man sich ja auch und desto weniger kommen auch diese flatlines und das habe ich auf jeden fall ja hinter mir gelassen gleichzeitig habe ich an versucht allen bereichen diesmal zu arbeiten gleichzeitig das heißt ich habe mich jetzt nicht nur auf mein business konzentriert und zum beispiel den bereich frauen komplett außen vor gelassen oder anderweitig sondern ich habe versucht alles komplett gleich abzudecken und das fühlt sich tatsächlich auch am besten an das heißt dass man trotzdem an sich selbst arbeitet an seiner persönlichkeit arbeitet sich weiterentwickelt sein business aufbaut dass man freundschaften knüpft dass man trotzdem natürlich auch neue optionen generiert und alles das habe ich gleichzeitig jetzt bin ich angegangen und das fühlt sich definitiv am besten am besten an und ja was ist jetzt passiert innerhalb von den 60 tagen retention es ist einiges passiert auf jeden fall die standard sachen von mehr focus mehr drive energie die sind auf jeden fall am start das merke ich auch dass ich wirklich mich energetischer fühle und auch wenn ich mal sehr wenig schlafe trotzdem fokussiert und energiegeladen bin und dass ich generell einfach in einem höheren bewusstsein quasi bin und mehr energie habe was aber auch mit reinkommt ist dieses bedürfnis sich zu verbessern ist so stark wie noch nie zuvor das heißt das bedürfnis besser zu werden nicht rumzuholen nicht in dieser opfermentalität zu sein sondern eben die red pill zu verstehen und auch anzuwenden und umzusetzen und nicht darüber sich aufzuregen dass es so ist sondern es zu akzeptieren und sich anzupassen und besser zu werden dieses mindset wird auf jeden fall immer stärker und darauf konzentriere ich mich auch gerade und ja die komfortzone die gute komfortzone die wird tag für tag immer wieder aufs neue erweitert die ist schon fast nicht mehr vorhanden so ungefähr wenn du dich jeden tag immer wieder aufs neue damit konfrontiert beispiel jetzt pick up natürlich das thema frauen ansprechen wenn du das jeden tag angeht dann wird diese angst irgendwann fast gar nicht mehr da sein und du bist dann halt einfach an dem punkt wo es zur routine geworden ist und das ist natürlich auch der sinn dahinter das macht man ja in erster linie auch für sich und halt um neue optionen zu generieren weil du kannst sowieso nicht beeinflussen wie die reaktionen sind das einzige was du beeinflussen kannst ist die selbst indem du einfach weiter an der arbeit ist deinen eigenen wert aufbaust und dafür sorgst neue optionen zu generieren das kannst du machen das ist auch das was den größten return on investment für dich hat und das müssen wir als männer erkennen das müssen wir erkennen und ja ich fühle mich auf jeden fall aktuell so unabhängig und so frei wie noch nie in meinem leben zuvor auf jeden fall und ja da habe ich auf jeden fall auch viel viel gelernt in den letzten wochen und tagen und ich bin der meinung dass das hand in hand geht ja also ich kann euch nur ans herz legen ich habe auch in den vergangenen streaks erfahrungen machen dürfen wo ich mich zum beispiel nur auf mein business konzentriert habe wo ich mich nur auf persönlichkeitsentwicklung konzentriert habe quasi im mank mod gewesen bin was auch seine berechtigung hat aber ich muss ehrlich sagen jetzt gerade gleichzeitig alles anzugehen fühlt sich am besten an weil du dann in jedem bereich wächst und nichts außen vor lässt und alles gleichzeitig sich exponentiell entwickeln kann und das fühlt sich gerade einfach am besten an deswegen ich werde auf jeden fall weiter durchziehen natürlich wenn ich verkacke dann werde ich natürlich ehrlich sagen ist ja logisch gehe ich jetzt erstmal nicht von aus kann natürlich immer passieren ich merke auch dass retention mich dazu zwingt nicht nur die sachen in den flatlines aufzuarbeiten sondern auch in den träumen dass man zum beispiel ja verdrängte sachen wieder durchlebt und ja das dadurch aufarbeitet also dass es auf jeden fall nicht zu unterschätzen und das kann auch sehr anstrengend sein aber ich merke auf jeden fall dass es mich zur besten version von mir selbst macht und das geilste ist halt dass es mich auch unabhängig macht weil das problem ist ja auch für männer wir sind ja auch ziemlich abhängig häufig von frauen und ich rede jetzt nicht noch von der bestätigung sondern vor allem auch von dem was wir männer ja nun mal alle wollen und das ist auch normal das ist auch gut sich das einzugestehen aber mit team and retention kannst du es halt hinbekommen dass du diese bedürftigkeit umwandelst zu einem mindset von dass du der preis bist und genau das ist ja der sinn ja weil du bist der preis als man wenn du was aus dir machst und wenn du an dir arbeitest und ja und dann kommt auch irgendwann der selbstwert und das selbstbewusstsein und so weiter immer mehr mit durch gerade auch auf längeren retention streaks merkst du dann auf jeden fall dass das selbstbewusstsein und der selbstwert deutlich hoch geht dass du die eigene standard setzt dass du immer mehr an dir arbeitest und ist ja auch logisch wenn du tag für tag besser wirst und alle bereiche versuchst zu optimieren dann ist es ja auch so dass du natürlich auch einen höheren selbstwert hast einfach und ja auch retention ist definitiv eine ganz andere welt das ist ein biohack den man selber ausprobiert haben muss team and retention ist definitiv für alle männer meiner meinung nach eine sache die man mindestens einmal 90 tage gemacht haben muss um überhaupt mitsprechen zu können überhaupt mitreden zu können ja nicht nur wegen testosteron und wegen energie sondern vor allem auch wegen den ganzen anderen aspekten die man gar nicht so bedenkt aber das ist auf jeden fall eine sache die dich sehr schnell zu deiner besten version von dir selbst machen kann und ja deswegen jeder ist auf seiner eigenen reise man sollte sich nicht mit anderen vergleichen das ist auch noch mal wichtig an der stelle zu sagen man sollte sich nur mit sich selbst vergleichen wie war es von der vergangenheit wie hast du dich vergleich dazu entwickelt und bei mir ist jetzt auf jeden fall eine sehr positive entwicklung am start ich merke dass es sehr stark bergauf geht und ja das ist gerade alle bereiche die ich gerade manifestieren will mir einfach zu geflogen kommen und da bin ich auf jeden fall sehr dankbar und das liegt natürlich auch zum großteil mit an retention und ja deswegen werde ich da weiter durchziehen ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden und deswegen zieht selber durch falls ihr mein buch vom beta zum alpha noch nicht erworben habt ich werde euch unten in die beschreibung mit reinsetzen ja da könnt ihr es natürlich erwerben wenn ihr fragen habt lasst mich das in den kommentaren wissen ansonsten vergesst auf jeden fall nicht das video zu liken kämpft auf jeden fall weiter denn noch mal an der stelle angemerkt wir sind ja hier auf der welt wir männer und wir werden von außen sehr stark immer in diesen beta frame rein gedrängt und jetzt liegt es halt an uns selber eine entscheidung zu treffen und unser leben in die hand zu nehmen und nicht mehr unser leben in die hand nehmen zu lassen wenn ihr wisst was ich meine und ja genau deswegen ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns wieder im nächsten video bis dahin ciao